Hi, ich bin Markus von Junges Freiburg. Wir haben es geschafft, wir haben einen Poppe-Auftragten für Freiburg im aktuellen Haushalt durchbekommen. Ich wollte euch kurz erzählen, was ein Poppe-Auftragter macht. Ein Poppe-Auftragter ist dazu da, dass er oder sie unter anderem Fördertöpfe aus Bund, Land oder EU anzapfen kann, um subkulturelle, popkulturelle Einrichtungen in Freiburg auszustatten mit diesen Geldern. Ein Poppe-Auftragter dient auch als Anlaufstelle für Nachtschaffende, für Kulturschaffende in diesen Bereichen und soll eben eine Scharnierfunktion quasi zwischen Verwaltung und Kulturschaffende darstellen. Beispielsweise, das Land Baden-Württemberg hat eine Million Euro Fördergelder jetzt vorgesehen gehabt in diesem Jahr, um Clubs nachzurüsten mit technischer Ausstattung. Das wissen leider die allerwenigsten Clubs hier in Freiburg und für solche Informationen zum Beispiel und die Abrufung dieser Gelder wäre ein Poppe-Auftragter eine super Sache und es ist auch eine super Sache, damit ist er ja da. Das ist ein Poppe-Auftragter.